Herzlich Willkommen und Damen und Herren zur nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Die Titel werden immer länger Ich bin so froh, dass es einfach nur noch Assassin's Creed Mirage heißt Und nicht Assassin's Creed Valhalla, Ragnarok und dies und das und den hier Ganz da oben ist der Kampfplatz Oh Gott Ich glaube, ich komme da nicht mit einem Vogel nach, ganz oben geflogen Bloody hell Das ist doch so ein Kampfplatz, oder nicht? Hier sollte ich vorsichtig sein Hilf! Achtung! Wir werden angegriffen! Illis Ein feuerfestes Rentier macht das Huch In der Moment Hm, ich könnte jetzt die Obsidian fahren Boah, ist das ein Riesenberg, Alter Ich hoffe, ich muss nach ganz oben Nicht, dass der Eingang irgendwo ganz unten ist Juhu Ah Ah, schau, da ist es Good evening Ah Kraft des Winters Diese Kraft trägt die Kraft des Winters in sich Solange es aktiv ist, beschränkt sie deine Waffe mit Eis Ist das deine Gegner einfriertet, sind sie vollständig eingefroren und kannst sie zerschmettern Diese Kraft ist besonders effektiv gegen Eis Ja, dann habe ich die Fäger auch mal gefunden Herr Abender! Hier drüben! Kraft von Newton Diese Kraft trägt die Kraft von Newton heim in sich Solange die Kraft aktiv ist, kannst du dich durch Ausweichen und Rollen ein kleines Stück teleportieren und mit deinem Bogen Weltknoten erreichen Außerdem kannst du den meisten Riesen vorgaukeln, dass du zu ihm gehörst Fällst du dich jeder auffällig Fanden sie das Traubild durchschauen Sie haben es kapiert Du heißt Kara, oder? Du erinnerst dich also Warum sollte ich meine eigenen Walkur-Jur vergessen? Es ist lange her, dass Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor, seine Pflichten ernst nahm Stattdessen sorgt er sich um die Zukunft und versucht seinem Schicksal zu entkommen So hört man Hüte deine Zunge, Mädchen Ich tue wie mir geheißen, mein Gebieter Reden wir mal über deine Pflichten Träg dieses Schlachtfeld, Früchte? Die Ernte ist enttäuschend Viele sind gestorben, jedoch ohne Heldenmut Anders als bei echten Heldengestalten sind ihre Wunden im Rücken statt in der Brust Was werden sie mir nützen, wenn Ragnarok hereinbricht? Du hast nichts zu fürchten Ich werde sie auf die letzte Schlacht vorbereiten Vielleicht kann ich helfen Wie? Nun, indem meine Kampfkünste ihnen zum Vorbild gereichen Willst du ihnen deine alten Kriegsgeschichten erzählen? Nicht einmal wir Walkur-Jur glauben diese Märchen noch Dann stecke einen Kampfplatz ab Wo ich, der Herr Asgard Schutzherr aller wahren Helden Meine größten Momente neu erleben soll Genau wie sie passiert sind Das dürfte zumindest unterhaltsam werden Nun denn, o Höster Dein Kampfplatz erwartet dich Laden ansehen Lass mich die Belohnung Lass mich die Belohnung Ah, der Schlachtenrum, den dies schon gesehen hat Elf hat das Mantel Elf hat das Wachtel Uh, Bart Nur eins kannst du nichts bescheides und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken die trickreichen und sein herrn schach ausgewählte geschichten dies sind die einzelheiten der geschichten die du karen erzählen möchtest du kannst bis zu 14 prallerei auswählen um die geschichten für karen noch spannender zu machen halte karl bei laune indem du ihre geschichten mit neuen prallereien erzählst und bessere wohlungen zu halten er bezwang mich bezwang mich die jürgen erfasst was meine beinahe niederlage herbeiführte er ahnt das der trickreiche verräter loki gegnerischer betäubungswiderstand gegner können nicht betäubt werden sie sind schwerer zu unterbrechen außer mit hämmern und fliegen gegen nahkampf stärker du nimmst mehr schaden nachkampf klar wenn du die fähigkeiten ansetzt für die agenischen angriffe rüber geben wir schaden zu klar lang ist wieder wenn eine gegner wenn eine gespeicherte kraft eingesetzt wird folgt darauf jedes mal eine lange zeit klar warum nicht gewillt mir ich freue mich darauf ich muss für lo ich muss für rechnerock bereit sein vor mich sie umbringt erlaube mir von meinem glorreichen gefecht mit meinem trickreichen bruder loki zu berichten auf 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 Was ich vor mir sah, erkannte ich als meine Beute. So schlug ich zu. Loki. Oh, das war's für mich. Ja, da. Ich rühre weg! Danke, danke, danke. Danke, danke. Ich weiß, was er dir erzählt. Ich seh nichts. Ich rühre dann auch voll weg. Neue Geschichte. Seh ich das dann nochmal? Oder ist es dann weg? Die Kiste ist weg. Nein, doch nicht. Das war das Schwerste. Auffuhr lag in der Luft. Mitgatt und nicht ihre Krieger versuchten, in den Eilfalle zu stürzen. Mein Sieg stand außer Frage, doch verdiente sich meine A... Achtung. Da... Ich will mich da ein bisschen brahlen. Ich muss da zeigen, was ich kann. Schwierigster Kampf, bitte. Zeig es mir! Das Blut! Das Chaos! Und ich kriege vor allem nur noch Pfeiler. Nun sei erzählt, wie ich die legendären Krieger erschlug. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Die sind hier nicht gewachsen, Sprenger! Ich spürte einen harten Kampf herannahren. Doch mir war klar, dass ich der Aufgabe gewachsen war. Die sind hier nicht. Boah! Bin ich halt für mein Level zu stark davon. Oha! Boah! Das muss weh getan haben. Ja, mir geht kein Schaden aus. Dann folgt ein Kampf, der jedem Skalden die Zunge verknoten würde. So endet meine Geschichte. In Ruhm und Ehre. Die Skalden werden doch lange Lieder hiervon singen. Bin begeistert. Haben wir das auch gemacht. Haben wir sogar eine Quest, dass ich alle mache. Aha. Das ist so ein Scheiß. Danke, danke, danke. Na komm, mach mal weiter. Äh, wir sollten am besten von oben nach unten machen. Dann haben wir jetzt schon mal die drei fertig. Ich meine, das ist doch eine Quest. Dann machen wir es doch. Ich werde Zeugin deiner Kriegskunst sein. Ich werde Zeugin deiner Kriegskunst sein. Die Kräfte der Wiedergeburt. Nein. 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 Wir sollen Riesen vor mir lauern. Da überkam mich die Kampfeswut. Was ist das? Keine deiner Sternstunden! Bald schon traf ich auf einen von Muspels Volk, der vor innerem Feuer glühte. Ich bin es leid. Wenn es nur Hände gibt. Ich bin es leid. Ich bin es leid. Ich bin es leid. Ich bin es leid. Da ich will sein Schwert haben. Das wirst du zugeben. Zeuge solch legendärer Schlachten. Ich fühle mich schon stärker. Möbelheims Vermächtnis. Ich bin es leid. Das hat mir noch was mit Farmen zu tun. Das ist mal die letzte die wir machen. Danach spielt das mal so weiter. Aber das haben wir doch gerade eben schon gemacht, oder nicht? Das haben wir gerade eben gemacht. Ein wahrlich heldenhaftes Ende, Rabengott. Besiegt durch eigenes Ungeschick. Nein! Zeig uns deine Ruhmesgeschichte. Endet so deine Saga? Welch Schande! Ich will nur noch eine Saga machen. Die hat man schon gemacht. Prader... Ne, Kampfplatzend verlassen. Herr Habener! Hier drüben! Lebe wohl! Warte, bin ich jetzt verwirrt. Für erst... Ich versuche einen Schmied für dein Zuflussauto. Wer gibt dich nachher? Glücksuft. Dann machen wir so weiter. Warte. Da hinten wollte ich noch. Hier wachen wir auf. Oh! Just let me see. Ich will auch gerne noch mal nach ganz oben, wenn ich ehrlich bin. Gibt's hier oben irgendwas? Hm, nö. Boah, das ist ein weiter Weg, ja. Perfect Landing würde ich das mal nennen. Na komm, eins noch. Ah, Spiel... Bin mir. Gut, damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich reite mal...